hallo und herzlich willkommen zurück liebe freunde zum grenzsimulator 2013 papers please von lucas poe ja hier haben wir beim letzten mal schluss gemacht ende von tag 8 unser sohn ist krank und braucht medikamente wie man hier schon sieht aber wir können uns zum glück alles leisten weil der vortag recht erfolgreich war mit 13 bearbeiteten immigranten oder möchte kein immigranten ein paar mal nach hause geschickt und ein paar mal sogar eingekastelt aber gut die waren halt böse so faktum ist unser sparschwein hat wieder fünf dollar im bauch das ist sehr schön und muss ich sagen gar nicht lang rumquatschen sondern weiter geht's so was steht in der zeitung die wahrheit von astorzka am 1 dezember 1982 hochrangiger kollege ist arzt kannischer spion als vermisst gemeldet wahrscheinlich tot uiuiui ja gut schade kann passieren so 1 dezember 82 gehen in unser kleines kapuf so wer was macht näher hier wieso steht denn er da unter der steht doch sonst immer da oben naja na gut so also das komische ding haben wir beim letzten mal auch hier kriegt ich weiß zwar nicht ganz was ich damit anfangen soll command rex keine ahnung aber gut wir schauen uns lieber die depesche an also inspektor ein verdeckt operierender agent des ministeriums für information ist enttarnt worden das ministerium für grenzschutz hat seine dienste als vermittler angeboten mehr dazu später am heutigen tag okay also das war die meldung aus der zeitung na gut so ansonsten am regelwerk hat sich ja nichts geändert genau immer noch die nummer mit den diplomaten würde ich sagen habe die post und den laden auf auch jetzt kommt der grenzsoldat zu uns oder wat hallo servus was willst du denn bist du der spion was nein ich bin werte hier karlensk ist sein name ok er kriegt gute position das ist also der dank ja mein gott und dank ist der heldenlohn so ist es verdient er nicht so gut als ob wir mehr kriegen würden genau ich kriege auch nichts aber jetzt pass mal auf sagt er ok einen kleinen bonus ach wenn wir leute einbuchten und je mehr wir einbuchten desto mehr kriegt er dann würde ich aber auch was haben fährst du das nicht oder du sollst auch was kriegen also ich werde dieses kleine problem lösen für jedenfalls zwei leute kriegen wir fünf credits von seinem bonus cool ja gute idee ich würde alle ein kasten ja machen wir das beste draus sehr gut das finde ich ja klasse nächste also kommen wir müssen leute ein kasten aber wir sind ja der bürokraten also müssen aufpassen wir müssen wir dürfen nur wirkliche fälle ein kasten nur real so ist auf der tour reise was moment mal wenn du nur auf der durchreise ist dann braucht er doch also das konnte nicht hin oder zur tour reise hallo arbeitserlaubnis durchreise fragezeichen ane ich will ich muss den hier nehmen ok halt raus hier so also ich brauch die hier arbeit und durchreise da stimmt was nicht mein freund was ist da los er ist hier am arbeit entschuldigung so was regt mich auf als immer doch kein scheiß du hält so segel ist ok iwan chris grisowitsch die nummer passt auch great rabbit passt das ding ist gültig männlich das jahr das ist der das ding ist auch noch gültig arbeit zwei monate alles klar also das zeit können wir schon mal zur seite legen bis es zu dritter sport mein gott was machst du denn was bist du denn hochleistungssportler war so arbeitserlaubnis das siegel ist das hier ja ok passt also komm du kriegst den stempel danke für spaß bei uns zum sportler so nicht immer hier wieder vergessen tab zu nutzen sondern ein bisschen üben war die papiere bitte so hallo da fehlt was bist du von uns ne ja also da fehlt was und zwar brauchen wir den ausweis wo ist der jetzt gibt dann unser toll du hält sag mal her wosenfeld distrikt jawohl das ist in ordnung so ist es der ja ein bisschen anderen scheitel aber ja doch das ist schon der ost christine ist okay das geburtstag ist okay ja komm weißt du was da kriegst du graugläs jawohl kriegst du hast einen tollen vornamen übrigens ist in ordnung gekommen bei uns die ist jetzt ganz vergessen kommen an drecks mein gott kommen an drecks ich habe nicht viel zeit der ich ohne was nicht hier passen sie heute darauf auf ich werde von einem hochstapler verfolgt hallo tut so als käme vom ministerium aber das ist glatt gelogen wenn der nach der höhe fahrt gibt es schon dass die hier bloß nicht verwechseln ja was jetzt welche papiere gebe ich ihm jetzt hier papiere gebe ich mir jetzt oh mein gott so er ist diplomat ja das freut uns aber so von obristane schauen wir gerne mal hier obristane ja siegel ist okay merkeros ist auch okay hallo schau mal hier ist mich verorschen ich glaube ich muss die mal ein kassieren hier mein freund schauen sie doch genau hin ja schon mal hier klick wiedersehen sie spüren wohl ja ich glaube nicht da unser freund freut sich erst in den ein kasselt er ist die premie abgestaubt so mal zeit servus was machst du hier transit 14 tage transit was geht's noch mal gut nummer ist okay ricard stockton stockton ricard ja das passt schon mal das ding ist noch nicht abgelaufen also das ist okay antegrin haben auch noch nicht so viele gehabt bisher ne antegrin glorian ja ist okay also halt sein tabulator nutzen und gute nacht wiedersehen so wer kommt auch gottchen wer bist du denn hallo ich komme vom ministerium für information haben sie etwas für mich ach schon zahlt er uns hier oder was ich gebe ihm die hier ich hab dem anderen nicht getraut da nimmt die hier perfekt nix da cool haben wir kohle gekriegt das ist ja witzig trinkgeld aber ja keine bestechung ne hallo wo ist der pass ich brauche ein pass was ist denn ein pass oh ne kommt tschüss jetzt habe ich wieder mit der maus darüber klick klick nein jetzt mit dem tabulat ach das ist scheiß gewohnheit ich sag's euch scheiß gewohnheit so grüß gott und ist direkt ja ich glaube das passt sogar unten genau zur geburtstag ist okay 44 kilo auch gottchen das ist ja ein hungerhaken das ding ist noch gültig orwetsch moment orwetsch ja doch passt auch okay hm ja aber ich weiß nicht da mal da mal übereinstimmung naja es ist die okay ja geh weg jetzt so stempel ruf und jode ist danke tschüss mein name ist kaum an dreck sie haben etwas das mir gehört was ach dieses blöde ding moment da schnell lesen sie was denn sollten wir lesen schnell lesen zurück an den boden astorzka ist ein großes land in der hand einer korrupten führen kann gar nicht sein der krieg hat die regierung gierig und paranoid gemacht davon können sie sich selbst überzeugen ja helfen sie uns astorzka von seinen ketten zu befreien der orden des sterns von etzig ach gottchen so eine rebellentruppe war verlieren sie das ja nicht was denn was denn das hier was soll ich denn mit dem teil oh mein gott kleiner spion du rebell verhaften mein freut doch mal den verhaften hier so was willst du hier er kommt nur durch mhm segel ist okay das ding läuft noch einige tage das passt die passt noch mal passt nicht freunde betrüger einkasteln lassen die mich durch ja schon mal hier zack so die ersten fünf dollar haben wir kassiert oder kassieren wir noch von unserem freund hier von unserem kleinen soldaten und die uhr blinkt schon wieder nicht gut so nächster grüß gott moin bunt und ist direkt passt geburtsdatum passt das bild ja ich meine schönheit ist nicht aber jetzt hat es wieder nicht gereicht na gut da kommt stempel und julis elf stück ungültiges gewicht ah uiuiui ungültiges gewicht liebe freunde na gut so also was haben wir denn hier ersparen diese fünf gehalt zehn stück haben wir geschafft 50 bestechungen zehn acht das war der typ der ihm mit diesen umschlag gegeben haben ne ja ansonsten 25 25 55 ja ohne die bestechungen hätten wir schon wieder keine ersparnisse haben wir wieder bei null so denen scheint es doch wieder allen gut zu gehen das ist nicht schlecht das ist gut sollen wir die heizung mal ausmachen ne komm das können wir nicht machen na komm wir gehen die runde pofen nächster tag so erneuter anschlag auf grenzübergang kristin was ich habe ja nichts mitgekriegt kollegien römt auf astotzka spione tot heldenhafte agenten schändlich verraten also es war wohl dieser umschlag den wir gegeben haben tja schade pech aber wir haben kohle gekriegt also was solls oh was ist das hier was ist das für einer schau ich das mal an der ist mit meinem auto gekommen inspektor heute wird ihnen die abteilungsleitung für den distrikt ost kristin einen besuch abschatten legen sie ihr bestmögliches verhalten an den tag ui oh oh ja hi hi na wunderbar der tag fängt ja gut an gleich mal kontrolliert hier war hallo grüß gott nun oh oh der ist glaube ich sauer oder kann das sein sie sind hier der inspektor ja mhm achso der ist für uns verantwortlich was sie haben vier verweise bekommen vielleicht war es ein fehler hier zur motivation hängen sie sich das an die wand ich komme in 10 tagen wieder ach gott diese vier fehler die wir gemacht haben machen sie mir keine schande es lebe astotzka ok ministerium für grenzschutz anerkennung für dienst nach vorschrift ach gott wir haben eine auszeichnung bekommen geil jetzt hängen wir uns gleich an die wand dienst nach vorschrift so haha freunde habt ihr gesehen können wir ganz stolz sein auf uns so ok regeln haben sie nicht geändert mein gott jetzt müssen wir auch noch aufs gewicht aufpassen das ist unglaublich echt man 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 na schön es wird immer anstrengender hier so was willst du hier ah diplomat mhm sonja trofkin so das siegel ist ok das kennen wir schon vom ersten mal astotzka repulien ist ok nummer ist ok das ding gült gült das gültet auch noch das gültet genau kollegien so julkostadt ja ist in ordnung gewicht steht hier nirgendwo drauf ne ach und ich hab wieder die maus benutzt nein ja 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 ich bin mal gespannt bis wann ich das gelernt hab nein was denn jetzt los ach gut ungültig ausstellende stadt beim pass mhm das der tag fängt gut an der tag fängt gut an da habe ich jetzt gepennt war so also kollegien astotzka ok gwendolin amspurri 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 gwendolin mhm so aus impor schau an gucken wir doch mal impor ach ja doch dürfte passen na hai haaren ist auch in ordnung äh halt nein ich nehme nicht die maus so passt danke bis zum nächsten mal sabalotti der erste kunde schon fehler gemacht das ärgert mich schon wieder so sei ich her hallo da fehlt was da fehlt was alle müssen passe haben hier verstehst wo ist er was ist denn ein pass oh Gott schau mal hier das gibt es an stelle eines passes servus nein ich würde nicht gehen ja das wird dir schon helfen hier hahaha wiedersehen machs gut ich will aber nicht ihr fasst mich lieber nicht an sonst explodiere ich wie ein wilder tiger was hattel musik ohohohohoho uiuiuiuiui da geht es zu freunde so servus er will ja arbeiten und wie lange wirst du arbeiten paar monate ok oliver jukovic oliver jukovic ja ok so die passnummer ist in ordnung das bild passt auch siegel war in ordnung oliver jukovic das siegel ist auch ok sondern müssen wir bloß noch schnell repulien schauen oder republiken so heißt ja korrekt lässere nadir wohl so dann kriegst du hier den stempel für spaß auf der arbeit noch ja kein ärger hoffentlich mehr als wir also üppig bezahlt werden wir ja nicht leider so servus wirst du hier zu besuchen wie lang zwei monate ist aber ein langer besuch so dass ich schon mal von hier das erste was hier los was ist denn dort für eine frage ja und wenn mir bitte machen erika aber der name ist auch schon ist komisch ne also ich weiß nicht schon ein bisschen merkwürdig aber tatsächlich schon unglaublich ich bin geblättet so aber wir schauen noch kurz okay jawohl ich wüsste jetzt nicht warum ich dich nicht einlassen sollte also kommt für spaß bei uns macht keinen ärger nächste video ich finde immer noch toll dass ich diese außerhalb bekommen habe mensch obwohl ich so geschlampt habe was will der hier unsere agenten sind bereit ab morgen lassen sie sie passieren was das hier soll das sein ach muss ich ist es eine schablone oder was muss ich das überlegen mikhail saratov und was ist jetzt hier stefanie 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 ja kreire kreire oh gott nix hier wird niemand hier geht es nach vorschrift nur wer rein darf er darf rein ganz einfach scheiß orten hier was denn da los ich bin hier der bürokrat muss ich mir noch alles mögliche merken hier glaube ich bin so arbeiten willst du wie lang was ein ganzes jahr das aber lang ein reise ist okay passt nochmals okay nicole jano 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 nicole ja siegel ist in ordnung was haben wir hier gefunden schau an diese namen sind unterschiedlich genau ich habe mehrere namen naja wenn man die finger drücke hier immer her mensch nicole jano kein alias bekannt ah ok alles klar schau mal hier ich sag's denn dazu so mein freund da luigi hat wieder einen job ich habe den namen vergessen ich weiß noch wie er heißt ich sag jetzt einfach luigi so nix da so was willst du hier transit sechs monate da stimmt was nicht transit sechs monate ach doch nur zwei tage also ein kleiner unterschied nur sechs monate oder zwei tage ach gott ist doch gar nicht erwähnenswert leonid astutu loo astutu loo leonid ja ist okay die passt nochmal ist okay das gesicht passt das ding ist auch noch gültig männlich so impor impor heuhahn 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 was ist denn hier los mein freund davon weiß ich nichts habe ich schon mal guck mal hier so netter versuch netter versuch ja 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 worauf er aufpassen muss jedoch es ist unglaublich so servus mein freund so den haben wir zumindest noch geschafft immerhin also zehn stück so das ist nummer 11 hatte klar dafür der passt ja logisch klar freundlich immer muss gar kein fass haben man muss kein pass haben so auch bitte ja dankeschön super hast du toll gemacht obristan so merke rust ja das ist in ordnung ach das ist doch wieder ärgerlich wächst ihr vollpfosten kriegen jetzt wieder keine kohle für dich so die ward im seedorf seedorf war dem das ding ist noch gültig wenn man schaut einmal das bild an was ist denn das stimmt auch was nicht das ist ein altes bild ja klar altes bild der ist ja gut so zweimal diskrepanz ja ja mir fehlen die worte mir auch schon mal hier sagt da freut sich wenigstens der luigi ne mitkommen so tag 10 ja und schon müssen wir wieder unsere ersparnisse angreifen ja ja es bleibt sehr also wir stellen fest nach zehn tagen man wird nicht reich als grenzsoldat oder beziehungsweise als grenzkontrolleur ne und wo sind jetzt eigentlich wo ist jetzt die kohle von luigi wir haben da ein bisschen was einkassiert wo ist die kohle ja da bin ich mal gespannt ich glaube der hat uns verarscht aber gut wir werden sehen in der nächsten folge ich sag an dieser stelle herzlichen dank an euch wie immer fürs zuschauen fürs dabei sein hier beim kretz simulator papers please von lukaspope ich bedanke mich und freue mich auf ein wiedersehen bis dann